Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe heute zwei neue Tabaksorten für euch von einer Marke, die eigentlich schon mal auf dem Markt war, dann wieder weg war und jetzt wieder am Start ist. Und zwar haben wir da einmal den Grape Addiction und den Shisha Rito von Hasso. Wir bauen die Köpfchen und dann gehen wir rein und gucken uns mal die zwei Sorten an. Und dann bauen wir die auch erstmal. Hier habe ich erstmal den Little Pro geschnappt, die Case Gabel am Start. Tabak natürlich wie immer ordentlich umgerührt, dann erstmal locker fluffig in den Kopf gelegt. Danach verteilen wir das Ganze noch mit der Stecherseite von unserer Gabelstecherkombi hier. Wir gucken, dass nichts auf dem Rand liegt. Deswegen gehen wir da auch nochmal rum und dann, dass der Tabak schön ordentlich drin liegt. Am Schluss nochmal mit dem Finger oder mit dem Zehwer über den Rand gehen, damit da keine einzelnen Tabakflocken verbrennen. Und dann sind wir auch schon durch mit dem ersten Köpfchen. Als nächstes habe ich mir den Alpaka Huacaya in dem Konfetti Collarway geholt. Das ist noch der alte mit dem sehr tiefen Tabakdepot. So, wieder wie auch vorher locker fluffig Tabak einfach reinlegen. Vorher natürlich auch umgerührt. Wieder verteilen mit der Gabelstecherseite, also mit der Stecherseite von der Gabelstecherkombi. Über den Rand gehen, damit alles sauber aussieht. Und dann sind wir auch damit schon fertig. Und das war es auch schon für den Kopfbau. Easy peasy, sehr schöne Tabakqualität, lässt sich sehr einfach bauen. So, Kopfbau habt ihr gesehen. Wir hauen hier als erstes mal unseren Lit Lip Pro oben drauf und baddern da noch Kohle drauf. Zweieinhalb Kohlen sind auf dem Köpfchen. Wir warten noch ein paar Minuten, bis das Ding dann hoffentlich ready ist, um angeraucht zu werden. Bei Hasso muss ich sagen, habe ich tatsächlich früher, als er schon mal auf dem Markt war, mir das nie gekauft. Es war so ein Rapper-Tabak-Ding. Ich hatte nicht so wirklich Bock drauf. Jetzt haben aber sehr, sehr viele von euch gefragt, wie die Neuauflage ist. Und ja, dann habe ich mir jetzt doch mal zwei davon gekauft und gucke halt mal, wie die sind. Ich hatte das eben schon in meiner Insta-Story und ich habe sehr gemischtes Feedback bekommen. Also einige finden den sehr lecker und andere meinten so, Digger, ich konnte einen Kopf rauchen und danach wollte ich nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Zuerst riechen wir mal dran, während unser Köpfchen hier warm wird. Riechen wir mal an dem Grape Addiction. Der Grape Addiction soll eine Traube sein. Wir haben aber auf jeden Fall, also es ist auch auf jeden Fall eine Traube im Vordergrund, aber wir haben irgendwie noch so was sehr, sehr Würziges. Also es ist wirklich sehr, sehr würzig. Wir haben saure Noten mit dabei, aber es ist wirklich eine sehr würzige Traube. Es ist, ich würde fast sagen, es ist wieder eine Mischung aus einer weißen und einer schwarzen Traube. Traube, leichte Kühle, sehr krasse Gewürze. Das würde ich sagen, ist drinne. Riecht gut, aber fast ein bisschen überladen, was beim Geruch dann gar nicht so schlimm sein muss, weil der Geschmack ja dann eh meistens ein bisschen weniger intensiv ist. Speaking of Geschmack, lass mal dran ziehen. Der brutzelt hier auch schon ganz schön vor sich hin. Der sollte, denke ich, ready sein. Setup Aeon Edition 4, Lounge mit der Intenso Dark Edge Bowl, kurzem Carbon, Tauchrohr mit Diffusor, Invert-Rauchsäule und zwar auch schon die neue mit dem Schliff. Das heißt, man hat jetzt auch die Invert-Säulen mit Schliff. Little Pro, Cloud Lotus 1 Plus und drei Tom Diamond Kohlen obendrauf und im Köpchen drinne den G-Addiction von Hasso. Gucken wir mal, was passiert. Wir warten mal noch, bis das Ding angeraucht ist. Preislich liegen die 200 Gramm übrigens bei 17,90 Euro. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der alte Hasso gekostet hat. Auf jeden Fall kostet er 17,90 Euro, was viel mal Daumen Standard ist im Moment. Also er macht im Köpfchen schon ordentliche Geräusche, aber irgendwie kommt noch nicht so viel bei rum. Aber kein Drücken, kein Kratzen. Wir können noch sehr entspannt anrauchen. Gucken wir mal, wie viel Hitze er abkann. Geschmacklich auf jeden Fall absolut keine klassische Traube Minze. So viel kann ich jetzt schon sagen. Glow-Off mit der Invert-Rauchsäule kann sich auch auf jeden Fall sehen lassen. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade hört, aber mein Köpfchen ist richtig gut am brutzeln. Tabakqualität habt ihr ja schon im Kopfbau gesehen. Können wir auch gerade nochmal zwei, drei Worte zu sagen. Der Schnitt war so ein normaler mittlerer Schnitt, würde ich sagen. So wie man das eben im Moment gewohnt ist. Ganz normal. Ein paar minimale Ästchen, aber nichts, wo ich sagen würde schlimm. Es ist eine schöne goldbraune Farbe. Sieht sehr, sehr schön aus. Also ein Gelb-Gold mit leichten Brauntönen drin. Genau so, wie man das von einem Virginia-Tabak eben erwartet. Feuchtigkeit war auf jeden Fall genug. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Keine überschüssige Molasse unten am Dosenboden. Also eigentlich genau so, wie man das haben will. Okay, unser Köpfchen ist angeraucht. Drei Minuten hat es gedauert. Jetzt nehme ich die dritte Kohle wieder runter, bevor er zu viel bekommt. Dann gucken wir uns mal an, was der Geschmack hier final zu bieten hat. Rauchentwicklung ist auf jeden Fall hervorragend. Genau so, wie ich das erwarten würde bei so einem Setup. Tabakqualität war ja auch vollkommen in Ordnung. Deswegen kein Wunder, dass wir da schöne, dicke Wolken rauskriegen. Geschmacklich ist der G-Addiction auf jeden Fall schon ein Traube, aber ein sehr besonderer Traube. Diese würzige Note, die wir eben schon im Geruch hatten, die kommt auf jeden Fall auch krass im Geschmack rüber. Die hat man auf jeden Fall am Start. Wir haben auch noch eine leichte Kühle mit dabei, die keine Minze ist, sondern wirklich ein Cooling. Ich sage es ja immer wieder, ein Traubeminze kann nur noch ein Traubeminze sein, in dem es ein Zwei-Komponenten-System ist. So wie das zum Beispiel bei Holz, der da verlässt. Ich persönlich liebe Traube und Minze. Alles andere ist ein Traube mit einer Cooling-Note, die halt TPD-2-konform ist. TPD-2 hat uns ja verboten, Menthol und Minze im Tabak zu haben. Die Cooling-Note, die hier benutzt wurde, ist aber komplett geschmacksneutral. Manchmal hat man da so eine leichte Eisbomong-Note oder so. Diese Cooling-Dinger, die haben meistens so einen klitzekleinen Eigengeschmack, der mich dann manchmal eben stört. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Wir haben zwar keine Minze, was mir persönlich deutlich besser gefallen würde, aber wir haben für eine Cooling-Lösung noch eine sehr, sehr angenehme Cooling-Lösung. Die Traube ist wirklich gut getroffen, leicht auf der sauren Seite. Das heißt, ich würde sagen, es könnte so eine Mischung aus einer weißen und einer schwarzen Traube sein. Und wir haben irgendwie noch so Gewürznoten mit drin. Vielleicht so Richtung Muskat, irgendwie sowas in diese Richtung. Ist da auf jeden Fall noch mit am Start. Ich muss sagen, er ist nicht übel. Für mich persönlich wäre aber ein normaler Traubeminze besser gewesen. Ich kann nachvollziehen, dass viele Hersteller keine Zwei-Komponenten-Lösung rausbringen wollen, weil es halt doch viel, viel mehr Stress für die Endkunden ist, wenn man das noch selbst anmischen muss. Ich muss aber sagen, für mich persönlich wäre es besser, wenn ich dann einen Minzshot dabei hätte und dann wirklich wieder einen Traube und einen Minztabak hätte. Diese würzige Note würde dann bestimmt auch so ein bisschen runtergedrückt werden von der Minznote. Und ich glaube, dieses leicht würzige mit so einer Minznote könnte auch super harmonieren. Vielleicht könnte man sogar noch einen Hauchholster-Minzshot mit dran machen. Werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Checkt da auf jeden Fall sehr gerne die Insta-Stories ab. Da kriegt ihr sowas immer mit. Blende ich euch hier unten ein, wie ich auf Insta heiße. Schaut da gerne mal vorbei. Checkt mal die Storys aus. Da werde ich euch das auf jeden Fall nochmal vorführen. Werde ich das nochmal testen und dann nochmal Feedback zu geben. Alles in allem kein schlechter Tabak. Aber für mich persönlich würde der Griff wahrscheinlich doch eher wieder zum Holster-Traube-Minze gehen, weil das für mich das klassische Traube-Minze-Ding ist, was mir persönlich einfach am besten schmeckt. Aber um ab und zu ein bisschen Abwechslung reinzubringen, gar keine schlechte Sache. Ich würde sagen, wir machen den zweiten Kopf drauf. Da habe ich ja eben schon Kohle drauf. Der heißt schon vor. Und dann gucken wir nochmal, wie der Chicha-Rito so ist. So, zweites Köpfchen ist auch drauf. Ich bin noch am Anrauchen. Wir nehmen mal einen Zug und gucken mal, wie weit der ist. Etwas beißend gerade im Anrauchen. Das war beim Grape Addiction auf jeden Fall geiler. Vielleicht ist auch ein bisschen zu viel Hitze. Deswegen nehmen wir mal die eine Kohle hier noch runter. Pusten gerade einmal durch den HMD. Vielleicht hat der auch einfach ein bisschen zu viel Hitze bekommen. Kühlen wir mal kurz runter. Okay, das Beißen haben wir ein bisschen wegbekommen. So, und bevor wir zum Geschmack kommen, wie immer einmal in der Dose riechen und gucken, was wir sagen. Vom Geruch her auf jeden Fall eine sehr leckere und sehr süße Kirsche, die da am Start ist. Erinnert, wie bei vielen anderen Kirschflavoren, auch so ein kleines bisschen an diese Lutscher, die man damals oft in der Apotheke bekommen hat. Die mit diesem kleinen Pappstil, der sich dann immer noch im Mund mit aufgelöst hat. Aber ziemlich genau nach diesem Flavor riecht auch der Tabak. Hat irgendwie so eine leicht chemische Unternote, die da noch mit dabei ist. Die gefällt mir nicht ganz so gut. Die Kirschnote an sich aber sehr, sehr lecker. Wir sind mal gespannt, wie das gleich beim Rauchen aussieht. Auch wenn ich diese leicht beißende, stechende Note größtenteils jetzt wegbekommen habe, mit ein bisschen weniger Hitze geben, muss ich sagen, ist die trotzdem noch am Start. Auch mit so einer leicht bitteren Note. Also da kommt irgendwie diese Cooling-Note etwas unangenehm durch. Finde ich nicht ganz so geil. Die Kirschnote an sich erstmal sehr nice, aber durch diesen komischen Unterton, der dabei ist, irgendwie nicht ganz so geil. Also pur wird es der wahrscheinlich bei mir nicht werden. Ich bin mal gespannt, was man da vielleicht noch an Mischungen mit machen kann. Vielleicht gibt es da noch die ein oder andere geile, wenn man da so, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent von der Kirsche mit untermischt. Das könnte ich mir noch ganz nice vorstellen. Aber so als Solo-Flavor leider nicht ganz so mein Ding. Also zusammenfassend, Grape Addiction, keine klassische Traube, aber für mich ein leckerer Tabak. Kann man auf jeden Fall machen. Ich werde ihn auf jeden Fall noch mit dem Minz-Shot probieren. Der Chicharito, die Kirschnote an sich gut, aber irgendwie mit dieser beißenden Unternote, die mir nicht ganz so gut gefällt. Ich glaube, den werde ich höchstens mal in ein paar Mischungen probieren. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Auch da, ich nehme euch natürlich in den Insta-Stories mit. Alles in allem, einer von zwei gut. Der zweite okay, aber für mich nichts Besonderes mit dieser leichten Cooling-Note, die mich da irgendwie doch ein kleines bisschen zu sehr stört. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da lassen. Das würde das Ganze hier auf jeden Fall krass supporten. Wir gehen steil auf die 100.000 zu. Das ultimative erste Ziel auf YouTube, der silberne Play-Button und damit einhergehend natürlich auch wieder der nächste Special-Stream. Danke da an jeden, der einmal den Abo-Button drückt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.